5% Rentenerhöhung 2020. Was ist nun damit? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Im September 2019 gab es ja eine ganz tolle Nachricht. Überall war das zu hören und zu lesen. Wir sollen wahrscheinlich zum 1. Juli 2020 rund 5% mehr Rentenerhöhung bekommen. Und zwar war der Grund für diese 5% mehr Rentenerhöhung, dass es eine neue Berechnungsformel gibt und dass hier noch Sonderstatistiken und Sondereinflüsse damit reinfließen in die Berechnung des neuen Rentenwertes. Das war der Ausgangspunkt. Dann ruderte aber ein paar Wochen später das Bundesarbeitsministerium zurück und sagte, das machen wir nicht, sondern wir berechnen den Rentenwert für die Rentenerhöhung 2020 nach einer anderen Formel. Das ist sozusagen der letzte Stand, das also das Bundesarbeitsministerium klipp und klar hier bekannt gegeben hat, hat gesagt, wir nehmen hier sozusagen andere statistische Werte wahrscheinlich an und damit wird die Rentenerhöhung aller Voraussicht nach nicht bei 5% liegen, sondern wie wir es auch schon in unseren Beiträgen im Internet, könntest du es nachlesen, veröffentlicht haben, werden wir aller Voraussicht nach im Osten nach dem Rentenversicherungsbericht 2019, der vom 11. November 2019 ist, wahrscheinlich 3,92% Rentenerhöhung bekommen und im Westen 3,15% Rentenerhöhung bekommen. Aber das Spannende ist ja letzten Endes, in Kürze werden wir ja die Zahlen dann auch tatsächlich wissen. Sie wissen, wir haben bald März und im März jeden Jahres werden ja die neuen Rentenwerte bekannt gegeben. Das ist also schon immer Tradition. Das heißt also, spätestens Ende März wissen wir ganz genau, ob, nicht ob, sondern in welcher Höhe es eine Rentenerhöhung zum 1. Juli 2020 geben wird. Und eines kann ich Ihnen versprechen, wir werden aktuell von diesem Ereignis berichten. Wo? Auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.